Hallo und willkommen zu meinem Video, ich rede über Ulti. Ulti Statistiken, YouTuber seit 21.10.2016, Abonnenten, 133.000 Gesamtaufrufe, 22.093.75 Anseite hochgeladenen Videos, 150, erfolgreichstes Video, Skylanders, der Fall der Abzocke, 651.282 Aufrufe und Gesamtaufrufe, der letzten 10 Videos, 822.534. Ulti gehört wie Fireball auch zur YouTuber-Gruppe Rottenmashrum. Er macht tatsächlich Videos über Gaming-Themen, wo er vom Leben und Brot von Videospielkonsolen redet oder über bestimmte Spiele oder von Gaming-Zensur mancher Länder. Er hat sogar ein eigenes Intro, über seinem Geradleben meistens so gut wie gar nichts. Er bringt jeden Sonntag um 12 Uhr ein neues Video draus, auf das sich immer sehr sehntisch die Warte eben, das ist eben ein großes Event, jedes Mal, wenn er ein Video rausbringt eben, weil es ein Video sehr ganz schauer eben, weil jedes Video komplett neu ist eben. Jedes Video unterscheidet sich von einem anderen eben. Es ist kein Video, das ist gleich eben. Jedes Video von ihm ist komplett neu eben und kann ich nicht gleich eben machen. Besonders gern schaue ich bei ihm, wo er über Leben und Tod von Konsolen redet. Doch einmal hat er wegen eines Witzes über eine Terrororganisation, einem sehr alten Video von ihm, seine YouTube-Partnerschaft verloren. Doch ein Freund hat YouTube mitgeteilt, dass das Video zu alt ist, um gesperrt zu werden. Und so bekam er seine YouTube-Partnerschaft zurückgeben, hat er auch verdient, weil, also ganz ehrlich, nur wegen diesem Witzes über die Terrororganisation hat er die YouTube-Partnerschaft ja verloren eben. Das fand ich nicht so schön, weil, ganz ehrlich, Mann, was ist daran so schlimm, wenn du einen Witz darüber machst eben. Ja, ich weiß bestimmt, hat jemand von der Terrororganisation das bestimmt auch so gemacht eben. Also er hat das eben gemacht, um damit, weil er sich aufgeteilt hat, eben über Leben bestimmt. Er ist wirklich ein netter und freundlicher Typ. Schaut doch mal bei ihm vorbei und lasst ein Abo da, wenn ihr wollt. Der Link zu seinem Kanal steht in der Beschreibung. So, das passt. Mehr kann ich nicht sagen zum Ulti. Das war es mit dem Video zu Ich rede über Ulti. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.